Die Cebit ist natürlich als Branchenmesse extrem wichtig für uns. Das heißt, hier treffen wir alle notwendigen Kontakte, speziell auch die Medien können wir hier sehr gut kontaktieren und haben natürlich auch direkten Kontakt zu unseren Kunden und können hier das Produkt optimal präsentieren. Wir sind jetzt am dritten Messetag und ich muss sagen, wir hatten echt viel zu tun. Also, sobald das Gerät scannt, fangen hier die Menschen an und bleiben stehen und gucken. Mein Eindruck von der Cebit dieses Jahr, wir sind jetzt das zweite Jahr da, gefällt uns sehr gut, das neue Konzept, das B2B-Konzept. Es ist wirklich ansprechend, kommen gute Kontakte zustande und wir sind rundum zufrieden. Ja, also ich sag mal so langsam gestartet, aber jetzt so doch ein bisschen Fahrt aufgenommen. Den Erfolg kann man natürlich erst nach der Cebit messen, wo die eigentliche Arbeit beginnt. Man merkt schon, dass sie ein bisschen kleiner geworden ist wieder, aber sie hat schon noch immer den Flair durch eine internationalen, großen Messe. Es ist unglaublich, wir haben viele Leute kennenzulernen. einfach nur bei uns hier in unserer Booth stehen. Wir haben vieles Netzwerken, ein sehr guter Zeit, während der Partys und die Afterpartys. Ich hatte ein sehr tiringes, aber ein sehr guter Zeit hier. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.